Die drehen ab. What the hell? Die fahren Richtung Ölfeld gerade. Richtung D4-9. Richtung D4-9. Die fahren jetzt Richtung Ölfeld, ja. Ja, weil sie da jetzt wahrscheinlich erwarten. Halten sie sich auf. Warte, warte. Okay. Warte. Ja, die teilen sich auf tatsächlich. Okay. Heiliger Schatz. Das schreibe ich, das schreibe ich. Kannst du auch per Chat, aber ja. Wo ist unsere Geisel abgesetzt worden? Da, ich habe gesagt. Die teilen sich auf. Eins, zwei, drei. Die teilen zu euch. Sag einfach aus Richtung Ölfeld. Äh, ich schreibe, ich mache das Schriftstück, okay. Ich kann aber auch zeigen, wir sind nur die Eile lassen. Also ein Hammond und ein bewaffneter Offroader fahren nach Zahros rein. So weit verstanden? Ja, verstanden. Die sind jetzt bei den Staudern. Ja. Ich gehe dann auch hoch bei Ihnen in den Channel, ne? Ja. Muss dich move'n lassen. Äh, kannst mich irgendwo hochschieben? Lass den Teil, der zu uns kommt, auch wirklich in Ruhe ziehen, dass sie sich sicher fühlen und dann erst bei uns hier auf die Fresse kriegen. Ja, ich ziehe mich. Zahros, bitte mal. Warte, 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 warte. Ja. Ich bin schon in der Lade. Und da sind die anderen. Okay. Wir sind jetzt noch im Ölfeld. Hm? Was sind die? Was sind die? Was sind die? Velo Imperator und Hasan Rahimchuk fahren in Richtung... Was ist das denn? Unter uns. Von Richtung Kavala. Was? Unter uns? Ja, müssen sie ja Richtung Kavala. Da ist gerade ein Auto gefahren. Wo ist der Offroader dabei? Bei welchem Convoy? Es sind... Die zwei Offroader haben sich getrennt. Einer fährt mit dem einen Hammett weiter. Die stehen jetzt... Hier in etwa. Moment, da. Schwarzer Schädel. Und die anderen... Sind jetzt ja am... Links vorbei und... Warte mal. Da steht eine Zivilperson. Ist auf einem Ölfeld ein NPC? Ja. Oder? Nee. Nein. Weil da steht eine Person. Eine Person. Vielleicht haben sie da die Geisel abgestellt. Das könnte die Geisel sein, genau. Und die von da aus jetzt wieder ausschließen zum Gang. Wenn du die spottest, frag ob sie die Geisel ist. Ja, ich kann ja... Ich kann ja den Namen lesen. Die biegen gerade da hinab. Weil Geisel... Wieso ist... Ich muss immer wissen, ob die wirklich nicht das in einem Haus wahren. Hamlet und bewaffnete Offroader stehen immer noch in Zaros. Ähm... Wir haben nochmal kurz eine interne Regel für uns festgelegt. Bitte alle nochmal zuhören. Ähm... Sollten wir sterben, treffen wir uns in einem Zivilchannel, um den anderen das auch zu markieren. Hm? Okay. Okay. Okay, das Strider fällt jetzt ganz weit vor. Sieht aus, wenn ein halber Kilometer schon fast. Strider ist jetzt in etwa schon da. Das wird jetzt die Regen von Kasterlich... Äh... Ja, von Kastermir. Oh, egal. Das wird jetzt die Hochzeit. Quasi. Oder, 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 oder. Hat jemand das Lied? Kann das jemand einspielen? Heller und Hamlet finden wir jetzt recht auf der Karte Brauch ich dich was, aber ich will Ich hab kein Musikbord oder so Schrader ist jetzt gleich, äh... Da Ich hab falsch markiert, ich weiß, was war denn da? Salix kriegt gleich Besuch Sags ihm durch Wo ist denn der zweite Konvoi, der Richtung Verbellengebiet gefahren ist? Salix bekommt gleich bis vorderlich Sags Bewaffnissen auf die Vorderseite an eure Berichtung auf jeden Fall Ist gerade in der Nähe von Checkpoint 1 Weißt du, was ich glaub? Die fahren von hinten über Kavala, zum Edelmittelhändler Die kommen gar nicht zu uns ins Verbellengebiet Ne, die tränen vorher ab Aber ich seh sie ja nicht Der F, wo ist denn der zweite Konvoi? Der große Konvoi ist Bei Topoli ja gerade Und die fahren gerade Ja, was ist denn? Warte Ich mach einen Marker Wo ist der Poli ja? Ja Da Seht ihr die Markierung nicht auf der Map? Ich glaub ich hab jetzt mal... Ich seh nur die... Da fahren die gerade die Straße lang Das ist eine gute Frage Das ist eine gute Frage Also ich seh nichts kommen Auch vor, du hast stehen geblieben, warum? Ich hab's mit Haus markiert Moment Okay, das müssen wir uns merken Ja, das müssen wir uns merken Ja, das müssen wir uns merken Direkt nach dem Dings müssen wir da nicht Ja Bei, ähm... Sichtkontakt schießen oder erst warten Nein, Sichtkontakt ist Schluss jetzt What? Server reset in 10 Minuten Was? 10 Minuten restart Oh lol, dann ab Die werden das Bunkern Schauen wir mal bei der Geisellande Die können nicht... Ja, so Das heißt, wir müssen direkt nach dem... Wir müssen auf die Aktion gehen Wir müssen auf die Aktion gehen Das sind nichts Bunkern oder sonstiges Die haben schon einen in einem Haus Wir müssen jetzt Gas geben Alles beschießen Was nicht nieder- und nagelfest ist Sind wir schon voll dabei? Ja, weil die Bunkern sind in ihren Häusern Ich bunkern für die Häuser, okay? Ich bunkern für die Häuser, okay? Das werden wir nach dem Surrey start raiden Die sind jetzt gerade in der Todeskurve Die sind in der Todeskurve Hä? Was machen die denn? Konvoi Oh Gott, die haben da unten ein Oberhaus Gebt mal die Häuser durch Wo die... Oft wurde bewaffnet Da, da steht kein Haus Wo, 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 wo? Verdammt Ne Die fahren beide noch mit Die sind jetzt in Agios Ein Haus, merkt euch das Hab ich bei Zaros markiert Die fahren hoch zu DP3 Nein Die fahren hoch zu DP3 Zu Klaus Rücken Nein Wir müssen alle Häuser raiden Was passiert? Der ist mir vor die Karre gerannt Wie? Du hast einen Kreis gedreht Ja klar Ja Ist egal Ich bin wahrscheinlich raus Hammett hält Die fahren nach Syrta hoch Sprech mich doch an Mann Habt ihr nicht Kontakt zu einem Helmet Soll ich schießen? Velo, Imperator Wo? Linke Seite Der wird den schon leer gemacht haben Circa... 600 Meter Schalt ihn aus Der ist alleine Was? Wo? Der ist bei Zaros in der Nähe gewesen Zaros Mikrofon Salix Der Konvoi fährt mit zwei Lastwagen nach Syrta rein Hört Äh Äh Wiederholen die Stadt bitte Äh Syrta DP3 Verstanden Verstanden Dominik bitte hinterher Ich kann nichts sehen Ah Hab bloß nicht die Straße lang im Lumpi Ja Moment Hat er das Ok Jetzt du Danke recht Guck mal wer ist in Karalei Muss ich mehr vorhalten Teste Licht Ja Schieß ihn weg Einer von den Hammetfahrern wurde getötet Ich weiß nicht warum Hat wahrscheinlich vergessen was zu essen zu trinken Wir fahren jetzt weit Ich muss auch mal was essen Ich muss auch mal was essen